In Braunschweig hat der Prozess gegen den Sexualstraftäter begonnen, der auch 2007 die damals drei Jahre alte Britin Maddie McCann in Portugal ermordet haben soll. Bei dem Verfahren gegen den 47-Jährigen geht es aber um mehrere Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern und von besonders brutalen Vergewaltigungen. Das internationale Interesse an dem Prozess ist groß, doch der Angeklagte hat durch seinen Anwalt mitteilen lassen, er mache von seinem Schweigerecht Gebrauch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017